Worte und die Danke von jungen Menschen in den Tag und in die neue Woche. Es wäre flott, wenn wir wieder einmal zusammen musizieren könnten. Dann würde ich mich freuen. Mit diesem Tag verbinde ich einen freudigen Tag, welches jedes Jahr zu feststellt. In diesem Bild habe ich Passion und Leidenschaft. Für mich heisst das Freiheit und der Wind in Horlogspiel. Für mich bediebt er das. Halt, grau und nass. Ja, Geist hat mit Leben zu tun. Mit Spontanität. Mit Zukunft. Mit Wachstum. Mit Freiheit. Wir wünschen alle zusammen eine gute Zeit.